Heute ist Greenscreen Day, das heißt, wir drehen alles für unsere Online-Materialien. Wir machen die Werbungen für die verschiedenen Webseiten. Da können dann halt alle anderen Sachen noch irgendwie eingeblendet werden, statt dem Grün. Da haben wir eine Party gemacht. Und jetzt nach der Pause machen wir dann, tunen wir dann auf Kisten um und so. Es macht total viel Spaß, mit solchen Leuten zusammenzuarbeiten. Es macht total viel Spaß, mit solchen Leuten zusammenzuarbeiten. Und ich möchte nichts mehr anderes machen in meinem Leben. Und ich möchte nichts mehr anderes machen in meinem Leben. Passt nicht. Außer... Das war's. Buchstabennudeln gehören in jede gute Hühnerbrühe rein. Also bei mir als Kind war das so. Und ich habe die Buchstabennudeln in der Hühnerbrühe geliebt. Und deswegen ist es meine Lieblingsnudel. Lecker. Mann, Mann, Mann.